Einen wundervollen guten Tag zusammen und willkommen zurück. Heute ganz kurzes Thema nur und zwar wir wollen uns angucken, warum eigentlich oder wie eigentlich Strings vernünftig ausgegeben werden können mit Variablen auch dabei. Das heißt, wir hatten bislang immer nur auf diese hässliche Schreibweise hier zurückgegriffen. Wir printen aus meinint und davor, wenn wir irgendwas schreiben wollten, haben wir noch gesagt print meinint, äh meinint gleich. So, und ja, das ist ein bisschen umständlich, das heißt, so hätten wir jetzt meinint gleich 42 schreiben können, aber das wollen wir natürlich ein bisschen angenehmer haben. Und deswegen sagen wir hier mal, das fliegt, wobei, das da kann ich brauchen, ähm, das da bleibt. So, und wir wollen jetzt diese Ausgabe in einer Zeile schreiben. Es ist viel, viel angenehmer, wenn wir das machen können. Das heißt, wir sagen hier einfach meinint gleich. So, und jetzt wollen wir da irgendwie meinint reinbekommen. Nun, wie machen wir das? Da gibt es mehrere Möglichkeiten dafür, ähm, aber die, naja, die beste Möglichkeit, also nicht die beste Möglichkeit zuerst, das ist eine Möglichkeit davon. Wir können hier einfach ein Plus nehmen. Wir haben schon gelernt, wenn ich Plus auf einen String draufrechne, dann ist das quasi, als würde ich einfach das hinten dran schreiben. Das heißt, hier bekomme ich auch meinint gleich 42. Doch, was ist denn, wenn ich jetzt zum Beispiel auch noch sowas hier habe? Also Plus, ähm, und das ist auch gut so, oder keine Ahnung, irgendwas, was man hier noch hinten dran schreiben möchte. Das kann ja durchaus mal vorkommen, dass man eine längere Debug-Ausgabe oder generell eine längere Ausgabe haben möchte. Zum Beispiel möchte man den Spielernamen oder sowas haben, ähm, wenn man dann ein Textadventure schreibt. All diese Sachen sind übrigens super Übungen. Werden wir vielleicht auch noch eine davon machen. Ja, ähm, funktioniert, aber wenn ich jetzt hier mehr als eine Variable drin habe, dann wird es langsam unübersichtlich. Und dazu gibt es String-Templates in, ähm, in Kotlin. Das heißt, ich kann das hier einfach komplett rausschmeißen und kann schreiben $minint. So, und was jetzt bei Kotlin passiert ist, es erkennt diesen Dollar-Buchstaben hier und sagt, okay, das, was da hinten dran ist, das ist ein Variablen-Namen. Und ich trage hier nicht dieses Dollar-Mainint ein, sondern ich trage tatsächlich hier meinen, ähm, meinen Inhalt von der Variablen hier ein. Also quasi diese 42. Und ja, das funktioniert auch wunderbar. Ähm, so kann man sich im Endeffekt das Ganze sparen, wenn man hier mehrere, also dass man den String wieder beendet, dann wieder aufmacht, wieder beendet, wieder aufmacht und so weiter und so fort. Das kann man so absolut vermeiden. Und das ist sehr angenehm, ähm, durchaus. So, was passiert denn jetzt, wenn ich dieses, äh, wenn ich dieses Dollar allerdings doch ausgeben möchte? Das ist ja dann ein kleines Problem. Und das habe ich euch, glaube ich, auch schon gezeigt. Da kann ich nämlich hier einfach einen Backslash reinschreiben. Dann maskiere ich mein Dollarzeichen. Das ist wie bei Backslash N für neue Zeile. Das kann ich auch bei einem Dollar machen. So bekomme ich dann auch tatsächlich, mein Int ist gleich $minint. Wobei das natürlich hier nicht die Intention war. Ich wollte es nur der Vollständigkeit halber nochmal dazu sagen, dass man so auch dieses Dollar maskieren und ausgeben kann. Genau, und das ist eigentlich auch schon alles, was ich euch dieses Video zeigen wollte. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.